Hier ist eine Gaskammer. Altmodisch und auch nicht so wirkungsvoll, wie wir gleich sehen. Naja. Ey. Das war jetzt aber nicht nett. Alarm! Alarm! So viele Überfälle in letzter Zeit. Können wir was gegen machen? Und tiefer zurücklassen! Wer ist denn diese tiefer zurücklassen, von der alle reden? Ich weiß, du bist in Eile, aber darf ich was fragen? Schnauze! Ich hab's eilig! Ja, der Kameramann, der leuchtet hier auch nur rum. Der filmt irgendwie den Boden und was weiß ich. Was würdest du tun? Hä? Für das Spiel? Erst steckt ihr mich in eine dieser seltsamen... Äh, eines... Was? Erst steckt ihr mich in ein dieses seltsame Loch? So entwickelte es sich ein... So entwickelte sich... Es sich eine kleine Morderei. Was? Ja. Ich war einfach... Ich frage einfach nicht mehr. Ich war einfach nicht mehr. Er hat mich, du meinst.